Sagen, wir sind nicht beschlussfähig. Okay, das war ein GO-Antrag auf Auszählung. Ja, ich sehe dich. Das heißt, wir müssten also, wie viel, Adam Riese, 46 sein, ja, 46, 28. Ja, wir sind nicht beschlussfähig. So, GO-Antrag, sag was. GO-Antrag auf Unterbrechung auf eine halbe Stunde. Ähm, ja, ich muss jetzt zu dem Antragsteller feststellen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil ich ja gerade die Nichtbeschlussfähigkeit festgestellt habe und so die Versammlung den GO-Antrag nicht beschließen kann. Allerdings habt ihr mir in eurer Verblendung, ja, diese unsägliche Macht verliehen. Ja, genau, da hinten der Mann, der sagt es, 15 Minuten Zeitstrafe, raus bitte. Security, ähm, äh, ich dürfte das tun. Das heißt also, ich unterbreche jetzt noch einmal bis 10 Uhr. Ich möchte bitte, dass ihr alle eure mobilen Endgeräte nehmt und eure Mitpiraten motiviert, dass sie bis 10 Uhr hier sind. Ich könnte das nämlich auch abbrechen hier. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Stunde, die wir heute Morgen verloren haben, mache ich eine halbe Stunde früher Feierabend. Als nächstes, weil ich immer wieder gefragt werde, ja, solange hier nichts zu tun ist, darf man gerne zu mir kommen und ich mache einen Open Mic und man darf der Versammlung einfach mal sowas mitteilen, so miteinander reden und so, also das geht bei uns, ist gar kein Problem. Ist offen. Also, Open Mic im Moment, bis die Wahlleitung sagt, dass die Liste geschlossen ist und dass wir unsere Kandidaten haben und jetzt Hintern bewegen. Vielen Dank. 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 Macht. Vielen Dank. Und dann stimmen wir die Vier Bima Moin. Ich 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 Nie Ich 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 Gehandel Ich Aktuelle Ich 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 bin 28 Ich 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 weil ich es wichtig finde, dass der Landesvorstand auch entlastet wird. Sicherlich, einige kennen mich, einige haben auch erlebt, dass ich nicht immer eine glückliche Figur auch im Heidekreis bei den Heidekreispiraten gemacht habe, bei denen ich auch Beisitzer bin. Ich sehe meinen Job darin, wie gesagt, den Landesvorstand zu unterstützen und vor allen Dingen auch die Leute, zu denen ich mich auch zähle, sprich die Offliner, auch für die Arbeit bei den Piraten zu motivieren. Inwieweit ich das natürlich schaffe, ist eine andere Sache und ja, das wäre es erstmal. Vielen Dank. So, alle drei Kandidaten dürfen sich jetzt nach oben begeben. Die Fragesteller wussten ja, dass die Frage kommt, deswegen eröffne ich jetzt die Rednerliste und dann dürfen Fragen gestellt werden. An dieser Stelle möchte ich aus aktuellem Grund darauf hinweisen, dass man Handys auf lautlos stellen kann. Wer nicht weiß, wie es geht, darf zu Achim gehen, der kennt sich mit Technik aus. Im Gegensatz zu mir, ich kann nur erzählen. Eine Frage an Florian. Mir fehlt so ein bisschen die Aussage darüber, was du konkret für Aufgaben im LAFO übernehmen möchtest. Danke. Ich würde das gerne nicht ähnlich halten wie im KV, wo ich hauptsächlich für organisatorische Dinge zuständig bin, Wiki-Betreuung, Ticket-Betreuung. Ich würde mich aber auch gerne die Arbeit von Etty weiterführen, die versucht hat, die Fraktionen, die Kommunalpolitiker untereinander besser zu vernetzen und würde da gerne mit ihr auch zusammenarbeiten, damit man das auch weiter fortführen kann, weil ich das für sehr wichtig halte. Ich habe mich nochmal angestellt. Das hört sich vom Inhalt ähnlich an wie das, was Robert gesagt hat, was die Arbeit mit den Kommunalpiraten betrifft. Ja. Danke. Kannst gleich vorne bleiben. Das meiste hat Thomas Asseln gesagt, was ich sagen wollte. Was mir noch ein bisschen fehlt ist, du hast gesagt, was sich irgendwie abstrakt verändern soll. Ich würde ganz gerne wissen, wie du das konkreter machen willst, wie du weg von den Gates und hin zu mehr Politik kommen möchtest. Naja, dazu sollten wir vielleicht mal anfangen, miteinander vernünftig zu reden. Hier in Niedersachsen klappt das ja schon relativ gut, aber auch das sehe ich noch verbesserungswürdig. Auch Arbeitsstrukturen hat der alte Lafue ja jetzt angefangen zu verbessern, aber auch da kann man mit Sicherheit noch weiter ausbauen und das verbessern. Die Wege müssen halt mit allen Beteiligten dann zusammen, da muss man sich zusammensetzen, sprechen, damit man den richtigen und passenden Weg findet. Ich stehe hier gerade einmal für unsere wundervolle Protokollantin, die auch eine Frage hat. Aus Praktikabilitätsgründen interviewen wir oder lassen wir die Protokollantin die Frage von hier hinten stellen. Ja, danke dafür. Also ich habe eine Frage an Robert, mal so ganz praktisch. Nicht, dass das bei uns im KV umgesetzt wird, aber es könnte ja sein, dass wir jemanden haben, der dir richtig auf die Nerven geht. Also ein Mitglied, ein Pirat, was dir jeden Tag Verbesserungsvorschläge für die Partei, 50 Seiten lang, das macht er jeden Tag, er ruft dich an, er nervt dich. Wie reagierst du da? Also der nervt dich, es nicht mit ihm zu reden. Was machst du dann? Also das ist eine gute Frage, aber das ist, glaube ich, eher etwas Zwischenmenschliches, was man da machen muss. Und ich glaube, wenn halt so viel kommt, dann kann man den Leuten nur sagen, das musst du dann auch irgendwo ein Stück weit selber machen. Ich kenne das auch, Leute kommen auf einen zu und sagen, ey, super, warum machen wir nicht das, warum machen wir nicht jenes? Warum haben wir das nicht gemacht? Warum haben wir bei der Wahl nicht so viel gemacht? Kann man den Leuten immer nur sagen, du kannst dir gerne ein Konzept ausarbeiten, wir können das zusammen machen, wir können da mithelfen. Und meist, wenn die Leute dann sehen, dass es Arbeit ist, die dahinter steckt, und nicht nur kurz eine Idee in den Raum zu werfen, sind das in der Regel auch, dass es aus 50 Seiten vielleicht nur noch vier werden und dann ist da vielleicht sogar schon ein Konzept hinter. Das wäre eher so das Zwischenmenschliche, was ich mache. Meine Idee. Danke. Weitere Fragen? Wer Fragen stellen möchte, jetzt zum Mikrofon. Ansonsten schließen wir die Liste. Damit schließen wir die Liste. Dankeschön. Wahrleitung. Nein, da ist nicht gekontrolliert. Entschuldigung. Weshalb ich die noch mal hier lassen wollte, bevor wir mit dem Formalfor weitermachen. Ihr seht hier eine Liste. Auf dem Wahlzettel wird die Liste etwas andersrum sein. Die steht leider anders drauf. Nummer eins, damit es da keine Fehler geben wird, möchte ich es noch einmal ganz deutlich machen. Florian Lang einmal melden, wird als erstes auf dem Wahlzettel stehen. Der zweite auf dem Zettel ist Robert Geislinge, einmal melden. Nummer drei, Stefan Scharringhausen, einmal melden. Damit ihr jetzt noch mal genau die Namen und Zuordnung hattet, in welcher Reihenfolge es auf dem Wahlzettel steht. Nicht, dass es da gleich zu Verwirrungen kommt. Bevor wir jetzt... Jetzt könnt ihr gehen, es ging nur auf einmal um die Reihenfolge, weil die halt anders war als bei der Vorstellung. Orga, könnt ihr das bitte auch auf dem Beamer noch mal ändern? Meine Maus läuft hier vorne aus um den Grund nicht. Okay, dann haben wir wieder die gleiche Frage wie vor jeder Wahl. Welches Wahlverfahren wollen wir eigentlich haben? Wir schlagen euch wieder das Appowal vor. Braucht sind heute einige dabei, die gestern nicht da waren, die eine kurze Einweisung oder Erinnerung noch einmal brauchen, was sich dahinter verbirgt. Ja, habe ich gehört. Appowal heißt, ja, nein, Enthaltung. Ihr könnt so viele Stimmen, wie Kandidaten da sind, abgeben. Also ihr könnt bei allen drei Kandidaten Ja sagen. Die Kandidaten brauchen die absolute Mehrheit. Das heißt, es müssen mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen und Enthaltungen gemeinsam sein. Das verbirgt sich dahinter. Gibt es alternative Vorschläge für Wahlsysteme? Ich sehe keine. Dann die Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir per Purwul abstimmen? Wer ist dagegen? Enthaltung? Mit einer Gegenstimme angenommen. Okay, dann dreht ihr euch alle einmal um und freut euch darüber, dass Rudi euch die leeren Ohren zeigt. Dann möchte ich einmal, dass alle Wahlhelfer, die eigentlich heute früh schon da sind, sich mal hinstellen und ganz kräftig winken, damit ich so einen groben Überblick habe, wie viel wir eigentlich aktuell haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wurde gerade aufgefordert, zu sagen, wie viel wir brauchen an Beisitzern. Wir haben in der letzten Satzungsänderung beschlossen, dass der LAFO aus maximal acht Personen besteht. Ein Beisitzer ist verpflichtend. Wir haben gestern fünf andere Positionen besetzt. Das heißt, ein bis drei Beisitzer wählen wir. Das ist das, was wir brauchen. So, wie ich gerade gesehen habe, haben wir aktuell sechs, sieben Wahlhelfer. Ich würde mich freuen, wenn so zwei, drei Leute spontan noch sagen würden, heute früh, ja, ich mache auch Wahlhelfer und hinten mit Rudi in die Richtung läuft, damit wir da die Wahl jetzt auch vernünftig und zügig vonstatten kriegen. Die hätte ich aber ganz gerne ganz kurz einmal hier vorne, damit die Versammlung das bestätigen kann. Okay, dann einmal die neuen Wahlhelfer einmal ganz schnell nach vorne laufen. Die brauchen hätten eh noch einen Augenblick, das was ich möchte. Nein, einmal kurz abnicken. Nur einmal hinstellen und abnicken. Möchte die Versammlung einen dieser vier Personen als Wahlhelfer ablehnen? Ich betrachte das als ein Nein und sage Dankeschön. Okay, dann warten wir jetzt so lange, bis ich von hinten von Rudi das okay gekriegt habe, dass alles klar ist und dann werde ich die Wahl eröffnen. Ja klar, jeden, ich habe extra noch aufgerufen nach neun. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank? Mit fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen angenommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wer möchte Kassenprüfer machen? Wir eröffnen jetzt die Kandidatenliste. Bitte geht wie immer zu Rudi in den Pressebereich. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Bethke aus Hessen. Sofort zur Bühne. Jetzt. So, solange bis der Stellvertreter endlich hier ist und wir weitermachen können, wir können nämlich nur weitermachen, weil ich für das Amt des Kassenprüfers kandidiere und deswegen in der Zeit kein VL machen kann und die VL natürlich an meinen Stellvertreter übergebe, würde ich gerne mal ein allgemeines Meinungsbild abfragen. Das obliegt mir. Wer denkt denn eigentlich, dass es sinnvoll ist, am Sonntag überhaupt noch eine Versammlung zu machen, wenn das hier alles so rumdröppelt? Das ist ernst gemeint. Ist es sinnvoll, am Sonntag eine Versammlung, das ist ein Meinungsbild. Und wer ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist? Ich teile mir selbst mit, das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Ich übergebe an den stellvertretenden Versammlungsleiter. Ja, dann machen wir jetzt an welcher Stelle weiter? Sie waren noch bei Wahlkassenprüfer, richtig? Richtig. Dann bekommst du, dann übergebe ich an die Wahlleitung. Okay, wir haben jetzt vier Kandidaten als Kassenprüfer in der Reihenfolge, in der sie hier auf der Liste stehen, mit Arne Ludwig zuerst. Ich möchte auch alle vier bitten, dass sie jetzt hierher kommen, damit es sehr zügig geht mit der Vorstellung und der Befragung. Also Arne, ja Arne ist der Einzige, der fehlt noch. Und ich sehe es. Arne, dann komm mal hoch, stell dich als erstes vor. Danach Meinheit, als drittes Mike und schließe ich Jan. Ja, ich war der Kassenprüfer beim letzten Mal und stellvertretend beim vorletzten Mal. Es wäre ganz toll, wenn die anderen, die jetzt noch sind, vielleicht weiter nach vorne kämen. Aber ich bin selbstverständlich gerne als Stellvertreter weiter da. Ja, danke. Ja, ich war ja vier Jahre Schatzmeister, da konnte ich nicht Kassenprüfer sein. Ich würde aber gerne sozusagen die Kasse weiter begleiten, auch Matthias als neuen Schatzmeister. Und die Aufgabe der Kassenprüfer ist ja nicht nur einmal im Jahr die Unterlagen anzugucken, sondern den Schatzmeister auch sonst zu begleiten. Und deshalb bewerbe ich mich um Kassenprüfer. Ja, hallo. Ich bin Mike Saunus, für die, die mich nicht kennen, aus dem KV Zelle. Aktuell bekleide ich kein Amt, zumindest keins, von dem ich wüsste. Und habe das auch in Zukunft nicht vor. Ich war beim letzten Mal schon stellvertretender Kassenprüfer. Und ja, ich würde das jetzt wieder gerne machen, weil das sind so Aufgaben, die kann ich. Vielen Dank. Ja, guten Morgen Versammlung. Mein Name ist Jan Tode. Ich komme aus dem Regionsverband Hannover. Dort bin ich auch in der letzten Woche gewählt worden zum Schatzmeister. Ich habe die Kasse letztes Jahr im Team zusammen mit Mike und Arne geprüft. Ich würde das ganz gerne wieder machen. Ich werbe um euer Vertrauen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, dann machen wir weiter mit Fragen an die Kandidierenden. Möchte irgendjemand an die potenziellen Kassenprüfer Fragen stellen? Wäre gut, wenn alle vier auch nochmal kurz hochkommen. Wer Fragen stellen möchte, sollte sich jetzt bewegen. Zügig bewegen, Richtung Mikrofon. Eine kurze Frage an alle. Wie viele Kassenprüfer können wir wählen? Alle? Hier? Das ist ja toll. Danke. Laut Satzung, davon sind zwei hauptamtlich und zwei sind die Stellvertreter. So war das letztes Jahr und so haben wir es dieses Jahr auch. Weitere Fragen? Sonst noch irgendetwas? Wenn niemand mehr jetzt zum Mikrofon geht, schließe ich die Rednerliste. Eins, zwei, drei. Vorbei. Rednerliste geschlossen. Ich übergebe an die Wahlleitung. So, und da das jetzt kein Amt ist, dann kann man jetzt offen abstimmen. Wir brauchen also keine geschlossene Wahl, außer es wird beantragt. Ich sehe keine Anträge, freue mich innerlich darüber. Wer ist dafür, dass... Wir gehen wieder der Reihe danach. Komm mal ein bisschen, oder stellt euch mal weiter nach vorne und versteckt euch nicht so hinter mir. So, fangen wir einfach in der gleichen Reihenfolge der Vorstellung an. Wer ist damit einverstanden? Vielleicht da läuft jemand. Ja, genau. Die Anzahl der Stimmen... Ja. Also die Anzahl der Stimmen, ich gehe dann erst mal gegen die... Mein Plan war es ursprünglich, einfach erst mal über die Gegenstimmen zu gehen und wenn man dadurch nicht klar erkennen kann, wer am ehesten... Also okay, dann möchte ich meine Wahlhelfer bitten, zum Auszählen vorzubereiten. Ja, dann gesagt, ich kann das per Auge nicht machen, dann soll ausgezählt werden. Okay, machen wir das Mikrofon aus. Ja, mache ich jetzt. Okay. Wahlhelfer steht hier bereit, dass ihr mitzählen könnt. Hallo, wo sind meine Wahlhelfer? Winkt wenigstens mal, damit ich mich nicht ganz einsam fühle. Perfekt. Okay. Wer ist dafür, dass Arne Ludwig Kassenprüfer wird? Bitte jetzt melden. Wer ist dagegen? Jetzt dagegen? Bitte bekommt es mit, dass sich das ändert. Okay. Hier. 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 So, dann... So, dann... Gudi, magst du mal kurz euer Ergebnis... Zum besseren Zählen, auch von hier vorne, möchte ich trotzdem auch nochmal alle bitten, die Karten bitte mit der flachen Seite in unsere Richtung zu halten und nicht mit der dünnen Seite. Dadurch sind die Zettel manchmal sehr schwer zu sehen von hier oben. Dankeschön. Ich habe diametriez Dominik. Okay. Danke. Danke. Genau. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Wahlhelfer, alles in Ordnung? Seid ihr soweit? Gut. Weil es uns so viel Spaß macht, machen wir das Ganze für Arne jetzt nochmal. Ein bisschen Morgengymnastik. Wer ist dafür, dass Arne Kassenprüfer wird? Bitte jetzt die Karten hoch. Vielen Dank. Okay. Wer ist dagegen? Und jetzt die Enthaltungen. Okay. Weil das Ganze so viel Spaß gemacht hat, fangen wir jetzt bei Meinhard wieder von vorne an. Wer ist dafür, dass Meinhard Kassenprüfer wird? Bitte jetzt melden. Wer ist dagegen? Das war leicht zu zählen. Enthaltungen? Okay, dann machen wir jetzt mit Mike weiter. Wer ist dafür, dass Meinhard Kassenprüfer wird? Bitte jetzt melden. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, last but not least, Jan. Wer ist dafür, dass Jan Kassenprüfer wird? Bitte jetzt melden. Wer ist dagegen? Karten oben lassen ein bisschen, kommt Leute, es ist sonntags, wir brauchen ein bisschen Frühsport. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, danke euch. Ihr dürft wieder runtergehen, wir schaffen das schon. Ja, danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Angebot als Kassenprüfer Meinhard und Maik. Meinhard, nimmst du die Wahl an? Maik, nimmst du die Wahl an? Okay. Stellvertretende Kassenprüfer wären Arne und Jan. Arne, nimmst du die Wahl an? Okay. Jan, nimmst du die Wahl an? Super, danke euch. Du könntest die durchaus auch nochmal kurz verkünden. Sandra, bitte einmal kurz trotzdem die Ja-Stimmen und Nein-Stimmen verkünden. Du brauchst nicht wieder hochzulaufen. Okay, kann ich? Jo. Also, Arne hat 40 Ja, 4 Nein, 8 Enthaltungen. Meinhard hat 52 Ja, keine Nein und 4 Enthaltungen. Maik hatte 45 Ja, eine Nein, 3 Enthaltungen. Und Jan 39 Ja, 3 Nein und 11 Enthaltungen. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt weiter zu dem Schiedsgericht und fangen an mit dem Bericht des Schiedsgerichtes. Ihr habt das Pult. Ja, hallo. Ich bin Jan Willenberg. Ich bin im Moment der Vorsitzende Richter des Landesschiedsgerichts. Den Bericht hatte ich auch am Montag, glaube ich, schon auf die aktive NDS geschickt, beziehungsweise den Link ins Wiki. Da ist auch der Bericht zu finden, auf der Seite des Schiedsgerichts. Wir hatten in dieser Amtsperiode acht Verfahren. Da auf dem BIMA sieht man jetzt mal den zeitlichen Ablauf. Das hatte ich letztes Jahr auch schon mal so schön dargestellt, weil wir da ziemlich viele Verfahren hatten. Diesmal waren es nur acht. Jetzt kann ich noch mal ein paar Statistikzahlen dazu sagen. Die Bearbeitungsdauer der Verfahren von Zeitpunkt der Anrufung bis Verkündung des Urteils war im arithmetischen Mittel 58 Tage, der Median 52 Tage. Für die Dauer von Verfahrenseröffnung, also nach der Anrufung kommt dann irgendwann die Eröffnung und dann die Urteilsverkündung, also zwischen der Verfahrenseröffnung und der Urteilsverkündung waren im Mittel 48 Tage, der Median 46 Tage. Nach der Schiedsgerichtsordnung soll nach Eröffnung des Verfahrens drei Monate später das Urteil vorliegen. Das wurde auch erreicht in allen Fällen. Wir hatten zwei mündliche Verhandlungen. Die eine davon dauerte 23 Minuten, die andere 40 Minuten. Wir hatten 39 geschlossene Sitzungen und die haben insgesamt 57 Stunden und 32 Minuten in Anspruch genommen. Die einzelnen Fälle könnt ihr in dem Bericht noch nachlesen. Das steht im Wiki. Das mache ich jetzt nicht. Und da sind die auch noch mal kurz dargestellt, die Urteile. Ja, dann als letztes möchte ich mich noch mal bei den anderen Richtern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Dankeschön. Danke sehr. So, dann gehen wir. Ja, danke. Es sind noch Fragen ans Schiedsgericht. Da muss zwar hier so nicht auf der Liste stehen, aber noch Fragen zu dem Bericht. Ach so, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Da ist ein Verfahren, das hat so einen großen weißen Balken. Das heißt, da gab es eine Anrufung, aber das Verfahren wurde nicht eröffnet. Das Verfahren befindet sich noch in Schlichtung im Moment. Ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber letzte Woche sah das so aus, als würde sich das außergerichtlich irgendwie entscheiden. Dankeschön. Irgendjemand Fragen dazu? Wenn dann jetzt loslaufen, dann sehe ich als ein Nein. Dann vielen Dank. Und wir kommen zu der Vorstellung der Kandidierenden. Wahlleitung. Wo ist denn schon wieder die Wahlleitung? Wenn man einmal die Wahlleitung braucht. Ich übergebe da mal wieder an Mike. Wer gerne Kandidat zum Schiedsrichter werden will, egal ob Schiedsrichter oder Ersatz, die möchten sich bitte da vorne bei unseren Schiedsrichtern ein... Nee, da, da wo ihr steht. Ihr steht super da. Da dürfen auch alle anderen hinkommen. Weil so wie die Wahlleitung mal wieder auf der Bühne ist, wird sie wahrscheinlich die Kandidatenliste eröffnen und dementsprechend auch relativ zügig wieder schließen. Das heißt also, wir hörten jetzt zur Zeit, dass die Leute kurz mal nach vorne kommen. Also einmal die Schiedsrichter werden wollen und einmal die Ersatzschiedsrichter werden wollen. Wir werden das diesmal nicht in diesem komplizierten Wahlverfahren machen, sondern anders. Wer weiß auch besser, aber auf jeden Fall anders. Es gab Kandidatoren über das Wiki. Ich weiß mindestens von Big Arne, dass er als nachrückender Richter auch kandidieren möchte. Dann wird das die Wahlleitung sicherlich berücksichtigen. Wir machen jetzt das mit der Kandidatenliste für das Schiedsgericht. Bitte einmal da vorne bei Rudi melden. Ganz formal, Frau Richtig, die Kandidatenliste ist hiermit eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch mal ganz deutlich hervorheben, dass wir laut Ersatzung drei Schiedsrichter brauchen. Das heißt, wir können jetzt gerne Mittagspause machen. Alle gehen in sich und überlegen, wie solange sie hier drin sein wollen, statt vielleicht noch einen schönen Nachmittag am Strand zu verbringen. Oder es kommen noch ein paar Leute auf die Idee, dass es vielleicht eine Tätigkeit wäre, die ihnen Spaß macht. Nein? Warum wurden mir dann gerade gesagt, wir hätten keinen Moment? Nein. Warum wurden mir dann noch einen schönen Nachmittag am Strand zu verbringen. So, und hiermit schließe ich die Liste für das Schiedsgericht. Also, wir sehen die Liste für das Schiedsgericht. Vielen Dank. 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 Ja. Ja, der macht ganz schnell Wahlzettel fertig. Das kam eben, das kam eben, das kam eben, das kam eben gerade so auf. Vielen Dank. Das Schiedsrichter. Ich möchte, dass... Ich habe, dass... Ich habe, dass... Okay, wir... Ich habe, dass... Ich... Bitte jetzt melden, bitte jetzt melden. Ich habe... Und... 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 mal vor. Es waren insgesamt 57 abgegebene Stimmen. Björn hat davon erhalten 53 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen. Jens hat erhalten 55 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung. Und Jan hat erhalten 48 Ja, 3 Nein und 6 Enthaltungen. Das heißt, wir haben drei neue Schiedsrichter. Wenn Jörn, nimmst du die Wahl an? Jens, nimmst du die Wahl an? Ja, Jan, wo ist Jan? Nimmst du die Wahl an? Okay, dann danke ich euch. Und ich bitte meinen stellvertretenden Wahlleiter auf die Bühne. Oder achso, na gut, dann mache ich das jetzt noch mal schnell mit dem Öffnen der Kandidatenliste für die, für den stellvertretenden Schiedsrichter, ja, für den Stellvertreter, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank. 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 Damit erkläre ich die Kandidatenliste hiermit für geschlossen. Vielen Dank. 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 Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja, hi. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank. Okay. Er schenken. Approval Voting. wieder zur Verfügung. Wer möchte ein anderes? Dann möchte ich gerne darüber abstimmen. Bitte euer Kartenzeichen für Approval Voting. Danke. Dagegen? Enthaltungen? Danke. Bei einer Enthaltung ist das angenommen. So, ich bitte die Wahlhelfer auf ihre Position. Hier vorne sehen wir die Urnen. Rudi hält sie hoch. Die sind wie immer leer. Ja, 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 ja. Die Einw التي sich überprüft, die allein bei unserer Wirkung äberry. Ich bin ja, ja. Die Einw Vielen Dank. 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 empfehlen 40 Ja, 4 Nein und 5 Enthaltungen. Auf Arne empfehlen 44 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen bei einer Beteiligung von 49 Piraten. Damit sind beide gewählt worden. Ich frage jetzt Rolf, nimmst du die Wahl an? Arne wird eben zurückgerufen. Arne wird gleich nochmal gefragt. Wir machen erstmal weiter. Ja, ob das ein Applaus wert ist, das werden wir gleich sehen. So, meine Damen und Herren, liebe Piraten, das ist ein schriftlicher GO-Antrag, den ich jetzt zu behandeln habe. Die Technik, den Stream bitte ausmachen. Der Versammlung teile ich. Arbeitsstelleформ. So, die Leute in den Posten 미안 34 Babys ERU, die mir vor sein. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. , dass ich das, Sehr gut. Und jetzt redest du weiter. Ich kann auch gerade stehen. Leute, die etwas länger im LV sind, werden sich vielleicht erinnern, es gab mal einen Antrag von mir, dass ich diese Institution Vertrauenspiraten abschaffen wollte. Das sehe ich schon länger nicht mehr so. Damals sah ich es als nicht notwendig, dass es diesen Posten gibt. Ich denke, ich kann vertrauensvoll jemandem zuhören und auch das an geeignete Stellen weiterleiten. Ich sehe aber, es gibt hier zwei Kandidaten, denen ich das genauso zutrauen möchte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich wählen. Ich bin zusätzlich 1V im Kreisverband Osterbrück. Wir müssen eh ein KPT machen oder eine Kreismitgliederversammlung, um abzustimmen, ob irgendwelche Ämterkumulationen erlaubt sind. Von daher viel Spaß. Ich möchte nur nicht, dass es zu wenig Kandidaten gibt. Ich habe eigentlich gedacht, weil ich mich im nichtöffentlichen Teil ziemlich emotional auch positioniert habe, wäre es jetzt schlecht zu kandidieren, weil es aber nicht mehr Kandidaten gibt. Ich mache es jetzt trotzdem. Als Vertrauenspirat glaube ich, dass ich eine geeignete Person sein kann, bei Anrufungen zwischen zwei verschiedenen Streitenden zu vermitteln. Es könnte Situationen geben, wo ich emotional zu beteiligt bin. Da würde ich dann sagen, ich bin befangen und nicht die richtige Person. Insgesamt glaube ich, ist das eine gute Institution, dass wir Vertrauenspiraten haben und dass in dem Fall, wo zwei immer mal wieder aneinander geraten, dass das die richtige Situation ist, da einen Unabhängigen einzuschalten. Ich denke, in den meisten Internas, die stattfinden, im Niedersächsischen Landesverband, bin ich auch nicht so befangen. Ich stecke nicht da drin im Druckergate oder welche internen Streitereien es gibt. Ich fand alle Kandidaten zum 1V auch ganz gut und bin da, glaube ich, bei vielen Streitpunkten, habe ich keine eindeutige Position und kann deswegen ganz gut vermitteln. Kleiner Punkt noch, ich habe einen Troll-Account, Marvin Wendland, der ist geschlossen und der hat damit nichts zu tun. Als Vertrauenspirat bitte ich nicht, angetwittert zu werden, solltet ihr mich wählen. Vielen Dank, der Nächste bitte. Ja, mein Name ist Olaf Müller, ich komme aus dem KV Osnabrück, genauer gesagt Georgsmarienhütte. Ja, ich stelle mich hier zur Verfügung, weil mir halt einfach wichtig ist, dass dieses Amt weiter gelebt wird. Es ist wichtig, dass es bei Streitigkeiten eine Anlaufstelle gibt, die frühzeitig schlichten kann, wo auch Basispiraten auch mal ein offenes Ohr finden und auch mal dumme Fragen stellen können. Und ich persönlich halte mich generell aus allen Streitereien raus, mache nicht mit bei irgendwelchen Flames oder über Mailinglisten, ich habe kein Twitter. Also ich denke, ich bin da in den meisten Fällen sehr neutral. Dankeschön. Möchte irgendjemand Fragen an die Kandidaten stellen? Ihr kennt das Spiel, jetzt zum Mikro, zum Fragen stellen. Eins, zwei, drei, vorbei. Dann Wahlleitung. Aber wir machen das jetzt einfach direkt per Abstimmung. Das ist Akklamation. Gut. Also wir brauchen zwei Schiedsrichter. Langer Tag. Ich habe jetzt auch gerade die Namen gar nicht auf der Liste hier vor mir stehen. Orga. Oder möchtest du es kurz machen? So, wir haben hier Phil Wendland und Olaf, was war das? Müller. Ja, das ist so schwer zu merken. Und Christian Nobis. Okay. Da ihr ja alle nicht weggelaufen seid und hier noch hinter mir auf der Bühne steht, kann man das sehr gut zuordnen. So könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, den Olaf, den könnten wir jetzt abstimmen lassen. Dass die Kandidaten immer weglaufen müssen, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ihr den ganzen Tag tut. Ihr denkt, ihr wollt kandidieren. So. Gut. In der Reihenfolge der Vorstellung können wir ja mal anfangen. Sag mal, kann das mal kurz, kurz, wir können beliebig viele. Also, oder gibt es da irgendwie, wir brauchen doch nicht nur zwei, ne? Also, ist genau, also gut. So. Wer ist dafür, dass der Christian, das ist Vertrauenspirat wird? Bitte jetzt dafür abstimmen, wer dafür ist. Wer ist dagegen? Also, wir haben schon mal einen Vertrauenspiraten. Dann, wer hat sich das Zweites vorgestellt? Das war Phil. Wer ist dafür, dass Phil Vertrauenspirat wird? Wer ist dagegen? Ja, dann haben wir einen zweiten Vertrauenspiraten. Die Enthaltung schenke ich mir. Und einmal für Olaf. War das dagegen? Nein, war ein Spaß. Das ist dafür, ist schon gut. So, und jetzt bitte die Dagegenstimmen. Dankeschön. Das sind unsere drei neuen Vertrauenspiraten. Ihr könnt euch vertrauensvoll an sie wenden, falls ihr ein Problem haben solltet. Vielen Dank dafür. So. An diesem Punkt habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen. Nämlich folgendes habe ich zu sagen. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die geholfen haben, diese LMV durchzuführen. Insbesondere bei der AG Event und Teile der AG Technik, die da hinten sind und jetzt unseren warmen Applaus empfangen können. Auch die Wahlleitung hat einen guten Job gemacht. Die Wahlhelfer waren hervorragend. Also auch die haben einen Applaus verdient und wir bedanken uns dafür. Wir haben, die VL braucht sich nicht selbst zu beweihräuchern. Ja, wir wissen, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Mehr ging nicht. Es tut uns leid. Sollte ich jemanden vergessen haben, weil ich niemanden im Einzelnen aufzähle, zum Beispiel die Akkreditierung, die ich vergessen habe oder Leute, die im Vorfeld dafür gemacht haben, dann seid mir einfach nicht böse. Bevor ich diese Versammlung... Bitte was? Ja, selbstverständlich. Den Regionalsverband Ostfriesland danken wir natürlich recht herzlich für die vorbereitenden Arbeiten, die hier getätigt werden, genauso wie für die Unterstützung vor Ort, Übernachtung und so weiter, etc. Da gibt es vieles. Als nächstes nimmt man mir hier immer wieder meinen Ton weg. Wer macht das? Wer ist der böse Schellen? Dann gebe ich hier jetzt die Abschlussworte unserem 1V und danach werde ich diese Sitzung, diese Landesmitgliederversammlung beenden. Aber erst mal darf Kevin, unser alter und neuer 1V, die Abschlussworte sprechen. Bitteschön. Besten Dank, Mike. Ja, du hast in der Tat noch jemanden Wichtigen vergessen, nämlich dich selbst. Danke, Mike. Danke, Versammlungsleitung. Das muss auch mal gesagt werden. So, liebe Leute, wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Der neue Vorstand hat heute schon einige Arbeiten begonnen. Wir haben zum Beispiel ein paar schnelle Entscheidungen treffen müssen. Wer geht zum Verwaltungstreffen? Wer geht zur Marina? Wann ist die nächste Telco? Die ist übrigens am Mittwoch um 19.30 Uhr. Wer Interesse hat, zuzusehen, wie der neue Vorstand zum ersten Mal so zusammentritt, der kann am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Telco mal reinhören und schauen, was wir so tun. Wir wollen transparent sein. Ihr seid dabei. Ich denke, ihr habt ein tolles Team gewählt. Vielen Dank für euer Vertrauen. Wir werden das Vertrauen zurückgeben. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal eine Ankündigung machen. Es gibt ganz viele Stellen, an denen ehrenamtliche Arbeit noch benötigt wird. Wir müssen den Landesverband weiterbringen. Wir haben eine Service für Öffentlichkeitsarbeit gegründet. Wir haben Ziele. Wir haben bestimmte Pläne, dass wir die Öffentlichkeitsarbeit koordinieren. Das ist nicht nur im Wahlkampf wichtig, aber besonders auch dann. Da fehlt uns ein bisschen Manpower. Ein paar Leute, die Artikel schreiben, ein paar Leute, die im Presseteam Dinge tun, ein paar Leute, die die Social Media Accounts bedienen. Das sind alles keine riesigen Aufgaben. Wenn ihr jemanden kennt, der ein paar Stunden im Monat dafür Zeit hätte, bitte schickt die Leute entweder zu mir oder zu Claudia oder zu Yannick. Wir sind zum Beispiel Mitglieder dieser Servicegruppe. Vielleicht erkennt ihr, dass es wahrscheinlich eine sehr freundliche Gruppe ist. Das kann ich nur bestätigen. Das sind sehr angenehme und produktive Treffen. Wer keine Lust hat auf Streitereien, sondern lieber auf Konstruktives, kommt zu Yannick, kommt zu mir, kommt zu Claudia. Danke. Danke. Wir werden im August am letzten Augustwochenende Sono Pika durchführen, das Sommer Nord Piraten Camp. Das ist dann, wenn wir viel Arbeit geleistet haben, können wir uns auch mal ein bisschen Freizeit gönnen, die Füße in den Fluss hängen und am Samtstrand ein bisschen rumlümmeln, Bogen schießen, Lagerfeuer, all die schönen Dinge, das haben wir auch mal verdient. Ansprechpartner sind unter anderem Sandra und Christine hinten am Protokoll. Christine nicht mehr, Entschuldigung. Claudia Jonda aus Braunschweig, da ab am Winken. Wenn ihr dieses Augustwochenende schon mal vormerken wollt, ich bin fast sicher, dass wir bis dann so viel Arbeit geleistet haben, dass wir uns das alle verdient haben, auch mal ein bisschen Freizeit und Spaß miteinander zu haben. Das wäre toll. So, dann noch die letzte Durchsage. Ich möchte noch mal sehr herzlich allen Menschen danken, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Das betrifft nicht nur die vielen Menschen, die im Hintergrund arbeiten und einfach nur Dienst leisten, sondern es betrifft auch jeden Einzelnen von euch, der vielleicht mit Fahrtkosten und mit viel Zeitaufwand sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Landesverband weiterkommt. Dieser Landesverband ist so gut, wie wir alle zusammen. Dafür müssen wir zusammenkommen. Vielen Dank, dass ihr das getan habt. So, liebe Leute, da möchte ich zum Ende kommen. Maik hat gesagt, die Veranstaltung schließen zu wollen, das ist natürlich sein Recht als Versammlungsleitung. Maik, wo bist du? Ich bin hier, keine Angst, ich kann die Versammlung auch schließen. Ich komme gerne noch mal nach vorne, wenn ihr wollt. Gar kein Problem. Seht ihr mich alle? Hiermit schließe ich die LMV 14.1. Ich bedanke mich bei euch, kommt gut nach Hause, fahrt vorsichtig, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Vielen Dank für euer Vertrauen, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch.